Hallo alle Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Ja, die letzten zwei Tage war es ja sehr, sehr ruhig, Freunde. Das hatte auch einen kleinen Grund, ich will auch keine Geheimnisse für euch haben. Ich habe mich nämlich darum bemüht, die Szenen für die zweite Folge fertig zu stellen. Und zu eurer Begeisterung, DK hat sogar schon die ersten Szenen erhalten. Das heißt für euch im Umkehrschluss, dass es vielleicht bald zur zweiten Folge kommen wird. Aber da ich ja wie gewohnt, oder wie ihr es wahrscheinlich euch schon dachtet, nicht alleine wie immer sein möchte, ich fühle mich immer so schrecklich alleine, wenn ich irgendwas aufnehme. Habe ich mir moralische Unterstützung geholt, von wem auch sonst. Ich begrüße dich, Basti. Moin. Ich werde immer sehr, sehr schön angekündigt von dir. Ja, und ich werde das irgendwann vielleicht auch mal erleben, dass du das auf deinem Kanal machst, aber ich bezweifle das immer so ein bisschen. Also, pass auf, ja. Ja, ich pass auf. Ich habe ja den PC wieder. So, ich brauche jetzt nur noch eine neue Festplatte, beziehungsweise ist die schon da, die ist halt bei Marlon. Mhm. Weil er die bestellt hat. Das Problem ist, bei ihm ist irgendwas Verdacht auf Corona in seiner Familie, und deswegen sind die jetzt in Quarantäne wahrscheinlich. Oh. Das ist noch nicht sicher, die müssen noch Tests machen und so. Mhm. Das heißt, ähm, ja, also ich kann, Podcast kann ich aufnehmen. Das ist doch schon mal gut. Das ist doch schon mal nicht schlecht, dass man dich auch dann bald vielleicht mal wieder einen Podcast hören darf. Ja, du bist ja dann mein Podcast-Partner. Ja. Richtig. Das freue ich mich schon drauf, mal wieder einen Podcast aufzunehmen. Wir müssen uns nur heransetzen, was wir da machen wollen, und dann... Ja, das kriegen wir schon hin, ne? Wenn Palette und, ähm, Birgit das hinkriegen, dann sollten wir beide das erst recht hinkriegen, ne? Haben wir ja schon einmal. Genau, haben wir ja schon einmal hingekriegt, dann sollten wir das auch wiederholen können, ne? Richtig. Aber du fragst dich sicherlich, was ich mir für ein schönes Thema für heute ausgesucht habe. Richtig. Ich merke schon. Und zwar... Ich kann es mir vielleicht denken, aber... Ja, es geht um DFB-Pukai tatsächlich. Ja, okay. Ja, ne, da bin ich tatsächlich raus. Oh, oh, oh. Weil Hannover hat so das Schwierigste losgezogen mit RB Leipzig. Okay, ja, keine Ahnung. Ich hab nichts. Ich weiß davon tatsächlich nichts. Okay. Ja gut, ne, aber, ähm, ich wollte nur zusehen, dass ich denn dafür vielleicht mir Karten hole. Mal gucken, wie es dem März aussieht. Ne, mit Corona und allem. Ja, für dich, für das... Achso, für das... Fürs Spiel. Ich wollte dich dann mit meiner Freundin in den Stadion... Aber mal schauen, wie es denn mit Corona ausschaut. Ich wollte gerade sagen, ja, wenn es dann mit Corona passt, dann ist ja... Ja, ich hoffe es. Und wenn die Tickets nicht allzu schnell weg sind. Ist doch wieder so eine Frage. Ja, als ob... Also, ja, ich glaube nicht, dass da ganz so viele Leute hingehen werden. Ne, hingehen werden wahrscheinlich... Weil die Leipziger Plätze... Weiß ich nicht, ob die ausverkauft werden. Ja, ich weiß auch nicht. Also, mit Tradition haben es die Leipziger ja nicht so. Uuuuh. Ja, was sonst? Die sagen Traditionsfeile. Pff, 2009 gegründet. Hallo? Ja, gut. Wir sind locker 200 Jahre älter als die. Ja gut, fast. Ne, 50 auf jeden Fall. Da kann man schon ein bisschen von Tradition reden, aber es ist trotzdem nicht so wirklich Traditionsverein. So, warte mal. Äh, 2009... Und 18... 96... 113. Na dann. Ja, ja. Und Dortmund ist genau 100 Jahre älter. Ja, das weiß ich noch. 1809 wurde der gegründet. Oder? Ne, 1909 meine ich, oder? Ja, 18. Ja, sind wir ja auch älter als ihr. Ein paar Jährchen. Das richtig, ja. Aber wir sind ja trotzdem schlechter. Moment mal, wer ist auf den DFB-Pokal raus? Ja. Welche Liga spielt ihr? Das spielt beim DFB-Pokal keine Rolle. Ja, doch. Ich kann Hannover schon ganz gute Chancen ausrechnen für den Sieg. Zwar nicht unbedingt als Favorit, aber... Sie sind nicht chancenlos auf jeden Fall. Vielleicht, vielleicht als Heim. Als Heimsieg. Wenn sie genauso stark spielen wie... Ich kann es... Wenn sie genauso stark spielen wie gegen Gladbach, dann wird das schon was. Wie kann das was werden? Dann hoffen wir mal das Beste für 96. Du vor allem, ne? Als BVB-Fan, ne? Mhm. Okay. Ja. Dann merke es sich sehr stark vor, dass er BVB-Fan ist. Aber gut, so einen habe ich ja noch in der Familie. Grüße gehen dann raus an den Zombie. Stimmt, dein Bruder ist auch Dortmunder, ne? Dein Bruder ist auch Dortmunder. Das ist ein guter Junge. Hast gehört, ne? Das ist ein guter Junge sein soll. Der hat... Gehirn, weißt du? Ja, ja. Alle mit 96. Aber, ich muss sagen... 96 ist immer noch besser als Peine Ost. Oh... Hör bloß auf. Ja, also ich bin zwar kein 96 Fan, aber Braunschweig ist noch schlimmer. Äh, bepp, bepp, erwähne diesen Namen nicht in meiner Gegenwart. Peine Ost, sorry. Danke. Peine Öst. So. Das musste jetzt auch für die Zeit, wenn die es doch ausdeutschen Akzenten, ne? Osten kam vor, also. weil wir haben bei uns ein feind der spricht genauso ja was wollt ihr schon wieder wollte ihr die weichen prüfen ja guten morgen wollte die weichen prüfen die faschisten nur die hälfte davon was er sagt ja ich stelle die weiche in so 30 minuten um der zug ist ja gerade im anflug weißt du wo der herkommt der kommt das stimmt direkt aus leipzig oder so wir haben tatsächlich einen uns in der lehrgruppe von sigmich der kommt direkt aus leipzig oder nicht direkt aus leipzig aber umgebung leipzig aber also spricht ja übelst den hatte übelst harten akzent ich sage jetzt nicht übelst harten akzent aber merkt schon dass aus dem osten kommen sagen wir es mal so okay weil wenn du warst du schon mal leipzig ja ich war schon mal leipzig zwar nur kurz hast du mal gehört hast du mal gehört wie die da sprechen ja habe ich ich habe keinen vorverstanden mein bruder wohnt ja dabei meine also weil die frau von meinem bruder bzw verluchte immer noch ja aus leipzig kommt kommt ursprünglich und das schon ein paar jahre her da haben wir die besucht und dann haben wir mit den eltern waren glaube ich bowling spielen oder so und dann keine ahnung wir waren halt da und wir haben nichts verstanden google übersetzer fragen das wäre auch eine gute idee weißt du so ein dialekt übersetzer also das wäre geil verstehst du auch endlich mal die aus bayern und was sie wollen überhaupt du denkst ja was wollen die jetzt von mir dabei wollte ich nur nach dem weg fragen wo bayern an sich eigentlich auch ich glaube mittlerweile sprechen sowieso die wenigsten noch diesen übelst krassen akzent ja in der stadt glaube ich in der stadt glaube ich sowieso eher weniger aber auf dem land ich kann es mir doch noch gut vorstellen dass er sehr hart diesen bayerischen akzent gesprochen wird ich meine allgemein jetzt allgemein in deutschland das kann ich mir aber auch vorstellen weil meinen cousin sagt jetzt den namen nicht woher wohnt ja alles gut aber er kommt ja auch aus der umgebung hier aus dem dorf und die sprechen auch noch also man merkt wo die herkommen dass sie vom dörpel kommen ja und aus aus dem norddeutschen dorf ne ich weiß nicht ob dein vater so sprichst aber manchmal hat man diese artikel der die das ich weiß ich kann leider ein schlechtes beispiel machen weil ich keine ahnung habe also ich kann jetzt könnte zum beispiel nicht so unbedingt bringen was dazu passt aber mein vater das zum beispiel zum beispiel mit die augen oder sowas also nicht mit denen sondern mit die das kenne ich nicht aber was mein vater sagt nicht soße sondern soße ganz kritisch ja das ist kritisch kannst du mir die soße geben meine mutter es heißt soße es ist ein scharfes es fühle ich aber verstehe deine mutter voll und ganz ich auch ich verstehe es auch komplett also sowas ja weil du meine oma aus die mutter von meinem vater die sagt auch immer soße daher hat er das ja auch ganz schlechte angewohnheit kommt die kommen ursprünglich aus aus dem norden mein opa kommt ursprünglich aus dem norden also okay also ist die da hinten die ecke eigentlich aber es ist auch schon ewig ja ja ne weil manchmal kann es ja sein dass sie woanders herkommen dann sind die hingezogen als die jungen waren oder so das kann sein und dann keine ahnung muss ich zum beispiel zum beispiel ich kann ja überhaupt kein norddeutsch dieses platt oder was dieses platt oder was leh dass das das normale hoch das normale hoch norddeutsch kann es nicht mal nachmachen du meinst mit snangen genau genau das ich bin besser im östen aufgehoben alter wenn du diese aktien hast du direkt habe ich direkt flashbacks aus unserem lehrgang wir haben dann abends pizza gegessen in wuppertal waren wir da und so richtig schöne wuppertal waren wir essen signalläger ganz mit ganz viel angeweile da wollten wir uns pizza bestellen und dann hat er uns gefragt mit Knoblauchöl mit Knoblauchöl ich habe es gerade immer noch nicht so verstanden mit Knoblauchöl hat er gesagt dann sagen wir alle achso warum Knoblauchöl hat der vom lieferservice nichts verstanden oder was ne das war von der bedienung einer achso dann saß man richtig im restaurant und ab da gab es das meme mit dem Knoblauchöl darfst doch etwas Knoblauchöl sein egal mal was oder wir waren hier in hannover mal zum lehrgang und dann wollten die sich einen döner holen ne weil eine klassische dönerbude ist sowieso immer so sehr kritisch mit der ähm verständigung und dann will er sich einen döner bestellen ne döner tasche ne einmal ein döner und typisch ostdeutsch ne versteht dann versteht man nur die hälfte und der dönermann fragt so döner nix döner 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 nix döner döner nix döner döner das ging glaube ich so vier fünf Minuten die haben ja absolut nichts verstanden geil ey wir haben uns wir haben uns da kaputt geigelt vor allem da gibt es nicht alle größte die hälfte richtig das richtig zu sagen ne aber der Akzent ne verstehst du der verhindert so einiges geil ja einfach zu geil du du mein döner oder wir gehen das eine mal in Witten zum Bäcker vom Lehrgang bei uns was zum Frühstück holen und der will sich so ähm Brötchen holen ne und fragt nach einer Stulle die Drehst du nicht unbedingt gleich ein ganzes Brot geben? ne ich will diese Stulle da das heißt Brötchen bei uns aber so richtig so das heißt Brötchen bei uns geil so richtig aggressiv was ist was ist Witten ist NRW ne? ja ist auch NRW oder? ja ist auch NRW ja die Leute sind sowieso direkter die haben direkten Humor ok aber Humor weiß ich nicht aber sind sehr direkt ja ist auch gut so finde ich gut mit dem na hör mal was ist denn los mit dir also wenn du mit dem in ein Restaurant gehst ist Lachfleisch Garantie ja ist auch gut wenn du mal schlecht die Laune hast lass mal essen gehen ich geb die aus Hahahaha 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 Lass dich den Stoff und den Hinweg kaputt ne Guten Morgen ich hätte gerne eine Pizza Hahahaha 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 Oh da kenn ich das eine wie äh auf TikTok der wollte einen Parkettboden neu haben ne Meiner und der Typ ist Parkettboden Hahahaha Genau Hahahaha Und der hat der Parkett auf dem Boden gepackt Hahahaha 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 Ich mach ganz kurz Ich meine Parkettboden Hahahaha Ich habe gesagt Parkettboden und ich Bankettboden Und der steht da wie über dir der Bruder, was soll ich machen? Baguetteböden. Wie er hat gesagt Baguetteböden und nicht Baguetteböden. Nicht Baguetteböden. Zu geil. Ja, geil. Aber damit er es nicht falsch versteht, Freunde, wir abonnieren uns köstlich über diesen ostdeutschen Akzenten und über diese Verständigungsprobleme hier im Norden. Also wenn wir da hinkommen, würde ich nur, wir würden genauso fragen. Wir haben dann immer so die witzige Vorstellung gehabt, was würde passieren, wenn ein Ossi und ein richtiger Ostfriese aufeinandertreffen und die sich unterhalten wollen. Der eine redet so richtig platt und der eine versteht kein Wort und versucht ihn auf ostdeutsch, wie wir sie fragen und der norddeutsche versteht kein Wort. Das müsste man echt mal machen, irgendwie. Ja, guten Morgen. Wo können sie denn her? Das war dein Part. Ich kann kein Deutsch. Ich kann auch kein Platt. Das ist das ganz große Problem. Kann das überhaupt noch irgendwie machen? Ja, aber man kann das, glaube ich, es soll bei so einer App gehen, da kann man das lernen, tatsächlich. Loll. Plattdeutsch. Aber man braucht das halt auch irgendwie nicht. Außer man macht sich halt drüber lustig. Obwohl, ich kann mir vorstellen, in so NDR-Produktionen oder sowas, ist es ganz gut, wenn man das kann. Auf jeden Fall. Das ist doch ein Orden. Weiß ich nicht. Ja, ja, ja. Denken die sich, oh, wäre ganz cool, wenn du da sprechen könntest. Ei, 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 ei. Weil dann diese Vorstellung eben, meine Güte. Was gibt es noch? Ja, gut, ich glaube, Norddeutsch und Bayern hatten wir auch schon, ne? Ich war auch schon in Österreich, ist dann noch schlimmer. Ja. Wo die da ganz gut, ganz gut Rot entsprechen können. Ja, Schweiz ist ja extrem schlimm, ne? Die sprechen ja dieses Schweizerdeutsch. Die Österreicher, die haben so einen österreichischen Akzent, ne? Das, da kann man es vielleicht teilweise verstehen. Aber Schweiz, ey, boah. Ja. Huchiratschli. Was heißt das? Küchenschrank, Alter. Ich hätte jetzt absolut keinen Plan davon gehabt. Ja. Ich hätte jetzt einfach gesagt, ja, sie auch. Küchenschrank. Huchiratschli, Alter. Huchiratschli. 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 was da ansprechen willst es gibt es doch so für schöne akzente für uns in deutschland bayern haben wir schon erwähnt sagt ostdeutschland berlinerisch berlin das die ikis die finde ich ja ganz sympathisch weil da kommt ja die hälfte meiner familie geführt überlebt die hälfte meiner familie das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlimm zu verstehen ich finde aber auch die berliner haben immer so einen sehr schönen humor muss ich sagen ja finde ja also diese lachen die sagen sachen da kommst du im leben nicht drauf aber irgendwie ist es trotzdem total witzig als beispiel jetzt fragst du mich was ja weil du da im leben nicht drauf kommst weißt du und wo sind wir eigentlich das singe ist wir sind ja vom norddeutschland angucken sind ja relativ südlich oder südlich nicht aber mittel wir sind schon so richtung mitteldeutschland südlich von norddeutschland ja wir sind die südlich von norddeutschland ja gut also wenn wir norddeutschland nehmen relativ südlich ja das stimmt obwohl wir auch sehr viel küste haben an der grenze von nieder bis zum beispiel stuttgart und da finde ich es zum beispiel ganz angehen weil die haben auch diesen sicherlich zwar so der art bayerischen akzent aber das deutlich verständiger Ich war eigentlich nur im Osten Lustigerweise Ja gut Ich war jetzt nur einmal im Osten Da musste ich einmal kurz umsteigen Und ich hab gedacht Alter was ist das denn hier Ich verstehe kein Wort Naja Berlin ist auch Osten Ja gut aber Nicht so eins der klassischen Neun Bundesländer Ja gut Weil ich hab denn da auch so eine Ansage gehört Die Lautsprecher der Deutschen Bahn sind sowieso nicht so hervorragend Und dann dieses Ostdeutsch Jetzt so Bruder Ich war komplett los Du hast nur irgendwelches Genuschen verstanden Aber ich dachte Die machen das so einheitlich Weißt du Dass sie dann einfach nur mal Hochdeutsch sprechen Weil das deutlich verständlicher ist Ich glaube dass wir es versuchen Aber durch diesen Ostdeutschen Akzent Wird das irgendwie so ein bisschen zunichte gemacht glaube ich Ich weiß es aber nicht so genau Besser Dann sollen sie sich Leute ranholen Die Hochdeutsch sprechen Aber gut Freunde Das soll es auch für diese Folge gewesen sein Die 20 Minuten sind schon wieder rum Ich würde mal sagen Machst du mal die Abmoderation So wie du es am Sonntag gemacht hast Bei Decay ne Ich überteile dir mal das Wort Schon wieder so spontan Ja sehr spontan Aber ich habe es ja schon mal gemacht Also was sagst du immer Ich habe keine Ahnung Vielen Dank fürs Zuschauen Und weil du das immer vergisst Sag ich das jetzt In der Endcard sind noch Glaube ich zwei Kanäle verlinkt Und ein Video Wenn ich mich richtig daran erinnere Daran erinnere ich mich absolut richtig Und guten Start in die Woche Kann ich nicht mehr sagen Heute ist welcher Tag? Lest du das heute hoch? Mittwoch Ja Mittwoch Heute ist Mittwoch Mitte der Woche Ja Also guten Mitte der Woche Frohes Bergfest Was sagt man denn? Frohes Bergfest Wir haben ja bald wieder Wochenende Ja ja deswegen drum Ja ich Ja Keine Ahnung Also mir merkt Ich bin nicht so der sehr spontane Mensch Ja Alles gut Also Sag jetzt einfach Tschüss Reingehauen Ciao 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 Ciao